SONTA GAUDETE Hallo, heute ist der dritte Advent, SONTA GAUDETE, übersetzt freut euch. Ja, wir haben Grund zur Freude, trotz aller Friedlosigkeit, aller Orientierungslosigkeit, allen Terrors in unserer Welt, denn in genau dieser Welt will Gott wieder neu Mensch werden und er will wieder neu geboren werden im tiefsten Inneren eines jeden von uns. Das ist für uns ein Segen, denn Segen bedeutet Gutes tun und Gutes sagen. Weil Gott uns durch seine Ankunft zum Segen wird, können wir einander segnen. Wenn ich einen anderen Menschen segne, lasse ich ihn durch meine Berührung, die Berührung Gottes spüren. Sage ich ihm durch mein Lächeln, durch ein liebevolles Wort, durch meine Unterstützung, du gehörst zu Gott. In diesem Sinne Ihnen und euch allen eine gesegnete letzte Adventswoche. Amen.